Tag Leute, Coinshring ist wieder angesagt und heute schwingen wir die Wege. Wir lassen hier gerade den Maibaum raus für die gute Karina. Ich glaube, ich kann den jetzt schon. Auf jeden Fall, das ist ihr Maibaum, was wir hier geplant haben zumindest. Das machen wir jetzt, wir sägen den jetzt ab und dann... Ist das von der anderen Seite noch? Nee, warum? Tu einfach durch. Boah, der wackelt doch schon wieder. Auf jeden Fall sägen wir den jetzt für die Karina ab als Maibaumgeschenk. Baum fällt, Baum fällt. Ja, easy. Was denkst du, Ma? Zack, zack, zack. Bist du durch? Ja klar. Die nennen mich auch, wie heißt das, was die immer machen für Spiele? Highlander Game? Highlander Game. Ist ein schöner Baum, Freunde. Schon groß. So Freunde, ich habe jetzt hier unten noch die ganzen Äste hier weg gemacht. Und ja, jetzt werde ich hier unten dann anfangen, noch ein bisschen den Stamm zu verzieren. Und dann hier oben diese Kreppbänder, die wir hier haben, anzubringen. Das sind Outdoor-Kreppbänder. Irgendwo steht sogar drauf. Hier, Outdoor-Kreppbänder 99, das lohnt sich, Freunde. Also, ja, dann hier unten noch ein Kabelbinder, ein Spann dort, um es nachher festzumachen. Und dann schauen wir mal, wenn es fertig ist. Tüdeloo. So Leute, was findet ihr besser? Findet ihr kurze Bänder besser oder lange Bänder besser? Schreibt sie in die Kommentare. Auf jeden Fall, für die Aktion, könnt ihr doch nur einen Daumen nach oben da lassen. Der gibt sich so viel Mühe dafür. Und zeigt doch mal Carina, dass ihr das feiert. Also, smash den Like-Button, Freunde. Batz! Batz! Bei den Rubbe-Videos ballert ihr den Like-Button ja auch übelkrank. Ich hab vorhin mal reingeschaut. 45.000 Likes haben wir, glaub, da drauf. Also, wenn dieses Video 10.000 Likes schon kriegt, dann freut sich Carina bestimmt mega. Also, ballert 10.000 Likes auf dieses Ding. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich Carina morgen freuen wird. Jetzt machen wir die restlichen Bände hin und dann sehen wir uns wieder. So, Freunde, er steht, er steht, er steht. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig. Jetzt fehlt nur noch ein Herz. Nur noch das Herz am Stamm. Und dann wird es geil. Und dann? Das ist wahrscheinlich wie einen schönen Pulli an. Aber, Freunde, apropos Mörd, seid mega, 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 mega fett gespannt. Noch zwei Monate, ein, zwei Monate, je nachdem wie schnell es geht. Aber dann wird es richtig krank. Also, wenn ihr Mörd's kaufen wollt, chillackst eure Asses. Also, wir binden den eigentlich jetzt da hinten irgendwo hin. Da ist Carina den nicht gleich sieht direkt. Ja, also, los geht's, lauf, lauf, lauf. Ja, bestellen da hin. Ja, ist gut. So, oder? Kannst du anlehnen oder heb das? Klar. Hilfe! Ja, ich war der Retter in der Not. Also, anziehen. Jawohl. In die Schütte. Zack. Chris, wackel mal ein bisschen. Ob es hilft. Auf der Hebe. Ja, heb mal. Guck mal. Jawohl. Bombenfest. Jawohl. So, Freunde. Da kommt das Ding jetzt ran. C&C. 9.05. 2015. Ohhhh. Wie romantisch. So romantisch. Scheiß. Und was sagst? Super. Schön, gell? Ja, ich weiß. So, Chris, fertig ist? So, Freunde. Fartig ist? Da hängt das Herzle. Jetzt müssen wir nur noch warten. Bis morgen. Tadaa. Und dann seht ihr die Reaktion von ihr. Haha. So, Freunde. Ich warte jetzt nur noch auf Chris und Carina. Chris sollte die euch dann jetzt irgendwann ihm nichts holen. Und jetzt warten wir. Wuuuuh. Es ist nur ein Dummestes passiert. Das Herz ist weggeflogen. Naja. Schade. Hallo. Was macht denn hier der Max? Weiß ich nicht. Ich bin... Deko. Ich hab's gesehen. Ja, ist Schluss? Ja. Hä? Achso. Ohhhh. 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 Was sieht man hier schon? Ohhhh. 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 Warte, warte, warte doch. Warte doch. Warte doch. Ich muss die Tür zu machen, ihr Eulen. Ohhhh. Ohhhh. Ja, scheiße. Guck mal, Max. Hä? Ja, ich hab schon gesagt. Sie ist schon weggeflogen. Ohhhh. Guck mal, Schatz. Das gehört euch dazu. Boah. So. Das ist schon mal eine Steigung auf letztes Jahr. Ein richtig kreatives Herz. Ich würde euch an dieser Stelle gerne mal in den Baum vom letzten Mal ein. Da hab ich der Max ungefähr so ein Büschel hier gehabt. Hinter mir ein Herzbein gehängt. Ja. Einfach nur ein Ästchen. Und nächstes Jahr geht der ganze Ding auf. Zwei Meter hoch. Ja, aber beim dritten wird's mal geheiratet, gell? Und beim vierten ist das Ding hier oben. Ja, kommt doch hin. Guck, Max. Den da fliege ich jetzt weg. Was? Den da oben? Der kann sein da oben. Ja, bestimmt. Ohne Brücke. Freust du dich, ja? Ja. Schön. Ja. Ja, danke auch. Eindlich, Max. Ich denke, das hat er nicht allein gemacht. Ganz allein, ganz allein natürlich. Ganz allein. Ganz allein. Ganz allein. Smash für Carina. 10.000 Likes. Sie haben's gesagt, ne, Freunde? Bam, bam, bam. Und schreibt mal Hashtag Love in die Kommentare. Und schreibt mal, ob ihr auch einen Weihbaum gekriegt habt. In diesem Sinne, Leute. Coinschwinge nicht vergessen. Coinschwinge nicht vergessen. Tschüssi, Assange. Tschüssi, Assange.